Hallo! Ich habe Frau J.K. Huger mit deutscher Staatsangehörigkeit unter Vertrag genommen. Ich sende Ihnen diese Nachricht, um Ihre Zustimmung zur Realisierung eines Spendenprojekts zu erhalten. Nachdem ich meinen Mann und mein achtjähriges Kind bei einem tragischen und tödlichen Unfall verloren hatte, hatte ich vor einigen Jahren weder eine Familie noch ein Kind, um mein Glück zu genießen. Ich bin derzeit wegen Krebs im Entstördium in den USA im Krankenhaus und entscheide mich, mein Vermögen zu spenden, damit Sie die Arbeiten Ihrer Wahl ausführen können. Als Geschenk überlasse ich Ihnen einen Betrag von 500.000 Euro, 550.000 Euro, bei einer Bank in Malta, wo ich mich nach dem Tod meines Mannes und meines Kindes niedergelassen habe. Ich möchte dieses Geld an jemandem guten Willen lassen, die auch andere helfen können. Wenn Sie also ehrlich und aufrichtig sind, senden Sie mir bitte Ihre IBAN und BIC, um das Geld zu erhalten. Wenn Sie dieses Geld wirklich erhalten möchten, lassen Sie es mich bitte so bald wie möglich wissen. Danke! Da bin ich ja wieder mal vom Glück geküsst, wenn mir jemand so viel Geld, auch wenn nicht klar ersichtlich, ob es 550k oder 500k sind, schenken will. Servus und willkommen auf der Mehlmüllhalde. In diesem Video haben wir es mit der angeblich todkranken Jacket zu tun, welche genau mich auserwählt hat, um ihr Erbe zu erhalten. Wie sie mich gefunden hat, siehst du im Making-of zu meinen Videos, Link ist in der Beschreibung. Warum wir heute noch Ihren Anwalt feuern und wie sie reagiert, wenn ich das Spiel umdrehe und sie sieht, wie verrückt ihre Erwartungen sind, sind die Highlights in diesem Video. Also dranbleiben! Ich wünsche gute Unterhaltung! Selbstverständlich habe ich als erstes mein Bedauern über Ihren Verlust und Ihre Krankheit kundgegeben. Und weil es mir ein Bedürfnis ist, mich persönlich und zumindest mit einer Umarmung zu bedanken, habe ich nach Adresse, Telefonnummer und Termin gefragt. Außerdem könnte ich die ganze Kohle dann ja gleich in bar mitnehmen. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Schatz, ich bin sehr froh, dass du mir geantwortet hast. Wenn Sie Interesse an meiner Spende haben, benötigen wir von Ihnen Ihren Personalausweis und die Bankverbindung, auf die die Spende überwiesen werden soll. Mit Ihrer WhatsApp-Nummer vielen Dank! Wir benötigen diese Informationen, um Ihnen ein Spendendokument ausstellen zu können, damit Sie nach Erhalt der Spende keine Schwierigkeiten haben. Vielen Dank, ich hoffe auf Ihre Antwort! Wir wollen festhalten, dass sie mich offiziell Schatz genannt hat. Das vertieft unsere Beziehung in diesem Video noch bedeutend. Nach dem üblichen Schmarrn nach Personalausweis, Bankverbindung und WhatsApp-Nummer meinte sie, dass sie auf Antwort wartet. Dabei hatte ich doch schon geantwortet mit meinen Fragen nach Adresse, Nummer und dergleichen Zwecksbesuch und Umarmung. Aber das hat sie natürlich sofort plausibel erklärt. Mein Herz stört dich nicht, du brauchst nicht zu kommen, ich selbst habe dir mein Geschenk von ganzem Herzen angeboten, also brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Bitte senden Sie mir einfach die von mir gewünschten Informationen zu, damit wir Ihre Spendenurkunde für Sie erstellen können, damit Sie nach Erhalt der Spende keine Schwierigkeiten mehr haben. Vielen Dank, ich umarme Sie auch! Ich habe dann Jackie etwas hingehalten, weil ich mich ja auch noch um andere Scammer kümmern muss. Als sie mir dann aber irgendwann schrieb, dass ihr Anwalt meinen Ausweis für die Erstellung der notwendigen Dokumente braucht, wollte ich die arme, kranke Frau nicht bemühen und fragte um direkten Kontakt zum Anwalt, um alles Notwendige mit ihm direkt zu klären. Unerwartet bekam ich dann tatsächlich sofort die E-Mail-Adresse des Anwalts. Wenn man das so nennen will. Natürlich eine Gmail-Adresse und wir alle wissen ja, dass dahinter dieselbe Person schreibt. Also probiere ich mal, Jackie und den Anwalt gegeneinander auszuspielen, eben weil es sich wahrscheinlich um die gleiche Person handelt. Und ich muss sagen, es wurde mir sehr leicht gemacht. Guckst du! Guten Morgen, mein Herr! Darf ich mich vorstellen, ich bin Herr Dirk Becker, Anwalt von Frau Jackie Huger. Sie hat mich gebeten, Ihnen sofort zu schreiben. Wie geht es dir? Wow! Da habe ich doch gleich mal ein paar Fragen. Er stellt sich als Herr Dirk Becker vor. Die E-Mail-Adresse lautet aber auf Dirk Blocher? Warum schreibt ein Anwalt von einer Gmail-Adresse und hat keine Mail-Signatur mit Adresse und Telefonnummer oder Webseite, wie bei jedem anderen Anwalt auch? Und der seriöse Anwalt schreibt gleich mal per Du? Da bin ich mal neugierig auf die Antworten. Hallo Herr, ich hoffe, Sie sind gut aufgewacht. 1. Es ist ein Fehler, mein Name ist Dirk Blocher, wenn du möchtest, kann ich dir sogar meinen Personalausweis schicken, das ist möglich. 2. Ihr Spender hat mich gebeten, Ihnen eine E-Mail zu senden. 3. Ich brauche keine Signatur, Telefonnummer oder Webseite, das Wichtigste ist, ehrlich und zuverlässig zu sein. 4. Wie geht es dir? 4. Es ist nur eine Begrüßung. Unterzeichnet von Rechtsanwalt Dirk Blocher. Du schreibst, dass es das Wichtigste ist, zuverlässig zu sein. Wie soll ich an deine Zuverlässigkeit glauben, wenn du sogar Becker und Blocher, deinen eigenen Namen verwechselst? Ich kommuniziere lieber direkt mit Jiki weiter, wenn sich der Herr Rechtsanwalt keine Signatur, Telefonnummer oder Webseite leisten kann. 4. Vielen Dank für nichts. 5. Ich kann Ihnen die Kommunikation mit ihr nicht verweigern. 6. Bevor Sie wissen, dass ich zuverlässig bin, müssen Sie einige Zeit mit mir kommunizieren, bevor Sie es wissen. 7. Vielen Dank. 7. Du kannst mir deine WhatsApp-Nummer schicken, damit ich dich per WhatsApp kontaktieren kann. 8. Ich habe Herrn Becker-Blocher dann erklärt, dass ich als alter Mann kein WhatsApp habe, weil ich mich damit nicht auskenne. 9. Außerdem will ich nicht mit jemandem kommunizieren, der seinen eigenen Namen nicht weiß. 10. Er hat das mit einem OK akzeptiert und damit war die schlechteste Anwalt-Performance auch schon wieder Geschichte. 11. Und das musste ich dann natürlich gleich Jiki erzählen. 12. Das war es erstmal mit Jiki und dem Anwalt. 13. Im zweiten Teil siehst du dann, wie Jiki verzweifelt versucht, Informationen und Geld aus mir heraus zu locken und vor allem, wie sie reagiert, wenn ich das Spiel drehe und ich ihr spenden möchte. 14. Lass also gerne ein kostenloses Abo da und aktiviere die Glocke, damit du das und alle meine anderen Video-Rund um Lug und Betrug nicht verpasst. 15. Also wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag und sag Servus bis zum nächsten Video. 18.áser 20. Energie